Nächste Station, Münster in Westfalen, Hauptbahnhof. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DV Regio. Auf Wiedersehen. Het volgende Station ist Münster in Westfalen, Centraal. Hierbei gibt es Ihre Aansluiting auf die Stoptreinen und Intercities. Dames und Herren, denkt Ihr daran, dass Ihr bei dem Verlassen der Treinen all Ihr bagage meenehmt? Danke schön. Eindbestemmung von diesem Treinen. Wir bedanken Ihnen für das Reisen mit DV Regio. Bis zum nächsten Mal.